Also, das ist vom Witchery Mod und man kann leider nichts dazu machen. Das ist einfach Grafik, Bug, alles mögliche. Aber so kann ich eben die Items gar nicht anschauen. Das ist das Problem. Ach komm, hey. Müssen wir wieder umziehen. Ein bisschen aus dem Weg gehen. Ach je. Und lecken tut es auch wieder leicht. Schade drum, also ich hätte da wirklich gerne gewohnt. Aber wenn wir wieder umziehen müssen, dann müssen wir eigentlich auch gar nicht anpflanzen. Was ist das? Das ist Stahl oder so. Das ist nicht gut. Gut. Wir pflanzen jetzt einfach mal etwas an. Zum Beispiel die Bohnen möchte ich gerne ein bisschen vergrössern. Und das dann pflanze ich an. Der Rest. Letzten Körner haben wir nicht. Was ist das? Pflanzen wir die drei Sachen an. Wo ist jetzt das andere? Ah, hier. Ähm, ja. Bringt viel, wenn wir keine Hacke haben. Wir sind keine Hacker. Wir haben keine Hacke. So. Ja, wir sehen immer den Untergrund. Das nervt. Ah, ist das wegen Optifang. Qualität. Ich wähle hier an. Wie soll ich das alles auf? Fancy. Ah, den könnte ich anmachen. Ähm. Wo ist das? Falschinetik. Gibt es das gar nicht hier? Ah, hier. Oder muss ich das ausstellen? Wenn ich hier mal 100 FPS mache. Und, ähm. Auto save. Mache ich auf 20 Sekunden. Ähm. Partikel. Explosion. Ich will etwas runterstellen. Aber was? Wie ist denn die Render Distanz? Ja, aber es hilft nichts. Das ist das Blöde. Es hilft ja nichts. Es muss irgendwas an Java sein. Und jetzt haben wir schon wieder so eine Scheisswitch. Ach, Gottchen. Es ist nicht gut, wenn wir so Witches in der Nähe haben. Wir brauchen aber mindestens noch Eisen. Ich brauche einen zweiten Eimer. Ich werde jetzt hier irgendwo graben. In diese Richtung am besten. So. Hier haben wir sogar Marmor. Und hier haben wir Zinn. Okay. Dann nehmen wir das Zinn mit. Okay, die Witch folgt uns nicht hier runter. Ist schon mal gut. Okay, hier geht es relativ lagfrei. Das ist schon mal gut. Es ist wirklich nur wegen den vielen Bäumen und so. Wenn Java halt so viel laden muss, dann gibt es halt Grafikfehler. Falsche Einblendungen. Zum Beispiel jetzt hat das wieder irgendwas geladen. Zum Beispiel der Baum dort oben. Das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen sehr blöd. Und ich habe ja auch ein gutes Texte-Pack. Also könnte auch da noch ein bisschen Leistung. Ja, Verlust sein. Aber eigentlich habe ich ja viel FPS. Also liegt das eigentlich nicht an der Leistung. Und an Java. Oder Minecraft. Aber ja. Soll man machen? Kann ja nicht machen. Und das ist blöd. Gibt es hier nichts. Ich brauche mindestens Eisen. Ah, muss ich jetzt in eine Höhle. Gibt es überhaupt Höhlen in diesem Mod? Mod Pack. Ich brauche eine Höhle. Ich brauche noch. Bis die Spitzhacke kaputt geht. Eisen. Gehen wir mal in diese Richtung runter. Schauen wir mal, ob es irgendwo eine Höhle gibt. Da ist zum Beispiel an der Felswand ist nichts. Okay. Ja, meh. Dort ist ein Ding. Aber den nehmen wir nicht mit. Das ist wahrscheinlich Kopfer. Ähm, schauen wir mal. Da ist der Turm. Gibt es keine. Wirklich. Keine Höhlen. Sind die einfach mal ausgeschafft worden durch den Weltgenerator. Und irgendwie gefällt mir der ATP doch nicht so gut. Ich weiß es nicht. Ob wir neu anfangen sollen. Nein. Das wäre zu schade jetzt. Aber irgendwie. Ich könnte es so machen. Ich schreibe mir die Rohstoffe auf. Und ähm. Werde sie dann in der anderen Welt wieder erschitten. Dann sind wir eigentlich wieder gleich weit. Und das macht wirklich keinen Sinn hier. Das ist wirklich auch nicht so schön. So sind die Biome schon schön. Aber überall ist ganz viel Wald. Und ganz viel Schnee. Dann ist alles vermischt. Und ja. Ist nicht so meins. Ich werde jetzt mal in den Game-Mod gehen. So. Und schau mal. Eigentlich könnten wir. Ja. Wir sind ja noch nicht so weit. Also eigentlich können wir neu anfangen. Es gefällt mir einfach nicht. Das ist es. Und wenn es mir nicht gefällt. Ich weiß nicht. Dann habe ich auch keine Lust weiter zu machen. Ähm. Und eben dieser Mod. Der nervt tierisch. Also zwei Öfen. Eine Werkbank. Ein Bett. Dann werde ich mir ercheaten. Dann werde ich mir. Ja. Die Sachen kann ich leider nicht ercheaten. Weil ich nicht weiß wie die heißen. Ähm. Ja. Ich werde vor allem die Setslinge halt wieder ercheaten. Und. Naja. Eigentlich machen wir. Ja. Wir machen alles von neu. Okay. So. Machen wir zusammen eine. Die ist jetzt wirklich schlimm. Die ist schlimm. Ja. Die können wir löschen. So. Jetzt machen wir wieder. Da muss er plenty. Die. machen wir hier mal ein Warp-Punkt. Der Spawn heisst. Ähm. Was haben wir für Gruppe. Einfach Gruppe. So. Sieht ja schon mal besser aus. Hier haben wir zum Beispiel etwas. Ähm. Ja. Das ist nur das. Das da drüben ist alt. Ja. Wir haben hier ein Mangroven-Biom. Hier drüben haben wir ein Bamboo-Forest. Einen Regenwald. Mettob. Frozen Plain. Und eine Savanne. Ah. Noch ein Dead Swamp. Dann gehen wir mal vom Dead Swamp weg. Den möchte ich nicht unbedingt so gerne haben. So. So. Was soll es mitnehmen? Ja. Die Grafik fehlt. Das sind immer noch Daten. Mist. An was liegt denn das? An was liegt das? OptiFan hat noch nie so Probleme gehabt. Performance. Machen wir mal das Fahrzeug aus. Junker Updates anmachen. Ich habe wirklich noch nie solche Fehler gehabt. Das ist wirklich das erste Mal. Es ist halt hier ein Mod, der solche Permafrost-Gebiete anbaut. Und wahrscheinlich sind die einfach zu häufig. Eternal Frost ist es der Mod. Ah. Da gibt es neue Dimensionen. Genau. Aber muss das so häufig sein? Überall diese Schneebiome. Die Nerven. Ja. Was soll ich machen? Ich weiss nicht, was ich machen soll. An was liegt es dann? Gestern ging alles super. Ja, miauzt. Gestern ging doch alles super. Ich will in diese Richtung. Ich will einfach nach rechts. Gehen wir in den Bambuswald wohnen. Und hier haben wir schon wieder überall Blumen, die erschienen sind. Also zum Teil. Ähm. Ja. Aha. An Multicore-Lages. Ja, das wusste ich nicht, dass ich das nicht einstellen darf. Aber jetzt geht alles ja flüssig. Also. Ja. So wie ich es gern hätte. Also das ist der Ding. Der Bamboo Forest. Oh. Schön. Leitest hier gerade ein Ding. Also können wir eigentlich schon hier etwas beginnen. Hier haben wir sogar noch ein NPC. Oh nein, das ist. Das ist ein Helm. Der hat einen Cube in der Hand. Ähm. Ja, okay. Es ist leider viel zu klein. Wollen wir in die Wüste dort unten. Ich gehe jetzt mal noch kurz hier rüber. Das interessiert mich, was dort ist. Wir werden hier mal keine Balmode oder so mitnehmen. Wir werden jetzt einfach mal kurz erkunden. Und irgendwas. Ähm. Ja. Dass wir irgendwas entdecken können. Ja. Hier ist nochmal sein Schneebium. Oh, direkt rauf. Oh. Das ist nur ein Berg. Hier haben wir ein Chaparral. Biom. Biom. Was ist denn das für ein Biom? Oh. Da drüben sieht es schön aus. Also. Was hat denn der für? Der hat einen Wal. Der hat von, ähm. Vom F-Mod hat der einen Wal. Das Kopf. Hier haben wir zum Beispiel eine große Schlucht. Die können wir ausbeuten. Da gehen wir natürlich bald runter. Also. Ich denke mal, hier werden wir irgendwo etwas bauen. Hier hat es zum Beispiel Bären. Hier hat es einen Turm. So. Dann gehen wir mal nach oben. So. Was ist, wenn wir hier ähm die Ding machen und irgendwo auf den Bergen hier die Villa wenn wir einfach hier bleiben scheint schön zu sein oh, dort hinten ist noch okay, dort hinten ist ein Schneebium ja komm nicht zur ja okay, ähm die haben wir noch eine Wüste die schau ich mir noch kurz an aber wir bleiben hier hundertprozentig okay, ähm eine steinige Wüste ich möchte gerne dann in der Nähe des, ähm der Schlucht wohnen also hier ist was Dünen hier haben wir sogar eine Insel aha okay ja Dünen sind halt nicht gut zum Bauen aber es ist gut, dass wir das in der Nähe haben dann denke ich mal ach, da muss ich wieder leiser machen dann denke ich mal werden wir hier das Haus bauen hier drauf und werden dort schöner, äh, ein bisschen äh ja, das Gebiet ein bisschen schöner machen dann bauen wir hier dann haben wir direkt am Anfang schon einen Platz gefunden ohne viel herum zu ehren so, da dann werden wir mal das Wichtigste machen so und jetzt irgendwo hin zum Beispiel in diese Höhle da vorne dann werden wir hier das Haus machen Haus so, dann haben wir viele Biome in der Nähe dort hinten sogar eine MPC-Stadt Luftstadt gut und jetzt gibt es keine Witchs wehe, es gibt Witchs und die werden dann zu Bären also da kann man Bären dann pflücken oder so ja, aber leider ist die Höhle nicht groß, aber Kohle haben wir schon mal Kohle, Kohle, Kohle Kohle was egg hatching soon keep watch the hatchet creature will be lost If you leave Area. Also ich muss irgendwas hatchen. Es ist hatchen. Einfach einsammeln. Jagen. Also dann gehen wir doch mal nach oben und schauen uns um. Ja, das könnte überall irgendwas sein. Hier ist ein Strauß. Straußenbaby. Ja, da könnte überall sein. Was ist das für ein Egg? Ein Ei. Hm. Zoomen. Ich weiß es nicht. Eine Schlange. Auf der Map ist ja auch nichts. Also in dieser Area sollte irgendwas... ein Ei liegen oder so. Da gehen wir mal nach oben. Und schauen uns mal um. Sicher auf der Insel oben oder so. Ja, hier ist nichts zu sehen. Hier könnten wir den Garten machen. Hier ist nämlich eine schöne grosse Ebene. Ja, ich weiß es nicht. Ich... Ich... Ich kenn den Mod nicht. Ich kenn euch nichts darüber. Ja. Aber das wird wahrscheinlich das Event wieder kommen. Ja, was ist doch bitte nicht so viel Blumen, ey. Das ist nicht normal. Und überall die Lärmenden Mokritje-Kreaturen. Oh, hier ist noch ein anderer Ton. Oh, das ist der gleiche. Hier ist ein Tiger. Maulwürfe sind hier. Geht's hier runter? Nein. Es gibt gar keine Höhlen mehr. Auch in diesem Weltgenerator nicht. Hm. Aber Pferde haben wir hier. Das könnte unser Steinbruch werden. Und eine Höhle. Sehr schön. Ja, die können wir nicht abbauen. Glitzersteinchen. Aber viel Kohle haben wir hier. Aber die Höhle geht nicht runter. Das ist alles noch nicht so gut gemacht. Wir brauchen doch Höhlen. Naturelle Höhlen. Hier haben wir auch noch eine Megaschlucht. Also die Ausbeutung in dieser Region ist himmlisch. Haben wir irgendwo Eisen? Nein, der Strauss ist runtergestürzt scheinbar. Hier haben wir Vögel. Oh, nicht lecken. Ist nicht gut, wenn es leckt. Ja, ich denke mal, wir müssen uns graben. Dann werden wir einfach zum Graben Steinspitzhacken verwenden und nicht Eisenspitzhacken. Geht das schon. Und mich interessiert schon das Ei. Das muss doch irgendwo hier sein. Natürlich finden wir das nicht. Wie denn auch sonst? Habe ich die Erde eingesammelt? Hm. Okay. Okay, okay, okay. Ah, hier ist eine Höhle. Ja, toll. Super Höhle. Wasser. Ja, hier ist nix. Ach, schade. Mann, ich finde keine Höhle. Nur Schluchten. Also gehen wir zurück. Bauen uns eine Steinspitzhacken. Gehen meinen. Und so weiter. So, dele. Haben wir noch was Neues auf der Karte? Na ja, nur die Dünen sind ein bisschen besser aufgedeckt worden. Und das Schneebiom. Was ist das alles in Blumen? Also, das wären das so Sternfrüchte. So, jetzt geht's wieder. Also, dann haben wir hier mal Steine für zwei Spitzhacken. Und Holz für zwei Kisten. Ah ja, also eine Kiste, wie gesagt. So, alles Kerne und Werkzeuge, die wir nicht brauchen, reinlegen. So. Und dann, ähm, noch Fackeln machen. So, dele. Können wir dann mal alles benutzen. Ähm, ich denke mal, ich baue die Mine. Ja, was soll man sagen? Ich will sie schon im Haus bauen, oder? Wir bauen sie hier unten. Wir werden hier eine Treppe nach unten bauen und dann eine richtige Mine hier hin tun. Also, dann bauen wir mal... Ah, hier ist ja eine Höhle. Hä? Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, dann haben wir wenigstens eine Höhle. Dann haben wir hier auch eine Mine. Und das Wichtigste ist hier... Hallo! Ich habe ja... Hä? Wieso wechselt das automatisch? Ich habe nicht die mittlere Maastrasse gedrückt. Äh, gescrollt. Komisch, komisch. Ah, ich muss es umstehen. Das geht nicht. Hier können wir die falschen Tasten. So. Ähm, hier runter. Ah, hier haben wir noch Eisen. Sehr schön. Dann haben wir schnell einen Garten. Alles mögliche. Und danach ein Haus. Nehmen wir ein bisschen Zulfur mit. Weil es uns schon schön anlächelt. 10 können wir auch mitnehmen, aber brauchen wir nicht unbedingt. So, dann haben wir hier noch mehr Eisen. Und das ist Magnesium. Das brauchen wir nicht. Das bräuchten wir in einem Technik-Mod, ja. Aber nicht in einem Rollenspiel-Mod. Das war ein Gainer. Oh, noch ein bisschen Marmorm in ihm. Wir könnten eine Marmorm-Avila bauen oder sowas. Das wäre doch mal schön. Je nachdem. Also, wir können alles machen. Wir müssen es nur machen. Das ist das einzige, was wir machen müssen. Okay. Car-Mod-Or. Ich nehme die nicht mit, ähm, spät dann mit, wenn ich Rucksäcke habe oder so Sachen. Ich werde jetzt nur das Wichtigste mitnehmen. Und die gehen nicht. Randomid droppt immer ein zufälliges Erz. Oder auch nicht. nicht. Ja, dann hat nix. Ähm, die können wir mitnehmen. So, Dille. Das Eisen natürlich. Das Eisen ist, hier. Das Eisen ist, das ist, Vielen Dank.